Hallo und grüß Gott miteinander. Freitag, Mittag am Ende einer Sitzungswoche. Corona hat unser Land weiterhin fest im Griff. Wir haben einen guten Teil des Weges bereits zurückgelegt. Wir haben den exponentiellen Anstieg begrenzt, aber wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Deswegen müssen wir auch im Dezember uns alle noch am Riemen reißen. Und das ist meine herzliche Bitte an Sie, an euch alle. Helfen Sie, helft bitte mit, dass wir diese Zeit jetzt im Dezember im Hinblick auch auf Weihnachten gut überstehen. Besonders betroffen sind selbstverständlich unsere Gastronomen, Hoteliers und alle, die ihren Betrieb jetzt nicht öffnen können. Deswegen ist es wichtig, dass seit gestern die Unterstützungshilfe, die sogenannte Novemberhilfe, konkret über eine Online-Plattform beantragt werden kann. Also wir handeln und wir helfen auch denen, die wirklich am schwersten davon betroffen sind und die Last für uns alle ein Stück weit tragen. In diesem Sinne, bleiben Sie alle zuversichtlich und vor allem bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Alexander Throm.